Bei den Serien-Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärtslaufenden Timer. Müsst das Ganze also auf einer Seite, euer Wahl oder mit euer DVD, Blu-Ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück in einem weiteren wunderbaren Video und zu einer weiteren Folge von Naruto Baduto. Wir schauen rein, Freunde, bei Folge Nummero 23. Wir haben noch, ich glaube, vier Folgen übrig, genau. Dann haben wir die erste Staffel durch. Hat doch gar nicht lange gedauert, Freunde. Perfekt. Ich habe nicht so viel Zeit, Freunde, deswegen, ich will gleich nur reinkaufen gehen, aber es ist schon 19.20 Uhr und machen die Geschäfte zu. Deswegen muss ich mich beeilen, Freunde. Wir starten. Die Folge heißt Team 7. Viel Glück. Wir schauen rein. Sie geht in 23 Minuten und 25 Sekunden. Freunde, wir drücken auf Play in. Macht euch ready. 3, 2, 1, go. Perfekt. Bam. Boah, ist das Intro anders? Ist das Intro anders? War dieses Command schon immer am Anfang? Das sah gerade voll anders aus. Oder habe ich einfach nie hingeguckt wie ein Dulli? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä, das war gerade voll anders aus irgendwie als sonst. Ich glaube, ich bin einfach dumm, so wie immer. Das ist die logische Erklärung. Das sind andere Szenen drin, oder nicht? Warte, das sind andere Szenen drin. Freunde, hey, hey, hey. Warte, ich finde was auf der Spur. Ey, da waren andere Szenen drin, Leute. Hey, hört auf mich zu pranken. Da waren andere Szenen drin? Oder? Hört auf mich zu pranken, Leute. Ich weiß es nicht. Okay, egal. Let's go. 301. Ey, willst du noch 301 Aufrufe von YouTube? 301 Plus Aufrufe? Damn, das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Mein wohl? Oh, ich bin gespannt auf die Prüfung, Mann. Oh. Okay. True. So ein Bait. Aber die wollten sich ja alle anmelden. Was? Okay. Krass. Stellt mal vor, Sakura hat einfach keinen Bock gehabt. Alles wäre hingeschmissen gewesen. Hm. Danke. Ey, sehen wir die Prüfung jetzt schon? In der Folge? Holy shit. Sehen wir die Prüfung jetzt? Ich glaube, wir sehen die Prüfung. Damn. Oh, das ist voll die geile Theme gerade. Boah, geile Theme. Okay. Yo. Holy fuck. Deutsche am See während Corona. Bestes Bild, Jungs. Oh nein. Best Friends. Oha. Die Front hat rausgehauen. Oha. 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 Hey. Faulhauts Naruto? Faulhauts, der hat wieder am Pressen ist? Okay. Shui. Oha. Diese Disrespects hier. Ich wollte gerade auch schon sagen, ist einfach eine Sakura-Kopie in gut aussehend. Ey, ich kenne die noch so ganz, ganz leidly aus der ersten Folge, Alter. Das ist die, die neben Naruto sitzen wollte in der ersten Folge. Der mit dem Hund, Alter. Er hat einfach einen Hund auf den Kopf. Der hat so viele neue Charakter, oder alte, die wir jetzt kennenlernen. Ich mag ihn. Ich mag den, Alter. Brille und so. Ich mag den. Oha. Lebt der Hund noch? Ja. Ab und zu. Okay, der Hund lebt. Alles gut, der Hund lebt. Oh. Ganz weirde Stimmung hier. Ja. Und? Ey, der sieht cool aus, Mann. Ich mag den. Ich mag den irgendwie. Kabuto. Favorit. Eines meiner Favorit-Pokémon-Kabuto. Kabuto. Damn. Hm. Ich bin auch leicht erregbar. Wow, okay, okay, hey. Die, mit denen will ich mich auch nicht anlegen. Was? Damn. Damn. Ich wollte gerade sagen, wenn er so oft teilnimmt, den hat er ja immer verkackt. Damn. Yu-Gi-Oh, Alter. Aber ich weiß nicht, ob der so hilfreich ist, wenn er immer verkackt hat. Ich weiß nicht, ob der so hilfreich ist, wenn er so oft teilnimmt, den hat er ja immer verkackt hat. Ja, true. Yo. 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 Oha. Er ist so Analytiker. Hm. Chewy, Alter, wieder am Fressen hier. Hey. Hey. Okay, erhalten bleibt. Es macht Sinn, wie er es erklärt. Es macht Sinn. Hm, natürlich, schon möglich. Ich mag den Typen, Alter. Der ist cool. Okay? Oh, ja. Tchuh, Alter. Aber den mag ich auch. Ich mag den. Der isst und rülps gerne. Das sind zweiseite, die ich auch kenne mag. Gut, zeig sie mir. Hm, genau. So wie immer. Ich im Matheunterricht. Oha. Okay. Hm. Okay. Hm. Ey, Gara finde ich so extrem cool, Alter. Ich mag den sehr gerne. Okay. Krass. 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 Klang. Klang. Hm. Ey, die sehen auch nicht zum Spaßen aus. Digga, es ist echt krass. Es sind krasse Leute dabei. BSC Berlin sogar, glaube ich. Krass. 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 Ja. Krass. Sie sind die Jüngsten da, wahrscheinlich. Nur Front. We'll talk. Na, verdammt. Ja. Ja, die sind halt echt die Jüngsten mit. Aber auch von den Fähigkeiten her, heftig halt. Irgendwas stimmt bei Naruto nicht. Ja, man. Ich sag's mir schon, er weint doch nicht einfach jetzt hier. Er ist doch großkotzig immer. Ja, Mann. Ich liebe es, wie großkotzig er ist. Und wie überselbstbewusst er ist. Ah, vielleicht. Wow, hey. Oh, jetzt hab ich Bock, Alter. Nice. Hm. Oha, der muss mal zum Nasenarzt. Der Arme. Ey, schaut euch alle an. Alle zusammen hier. Oh. Oh, hallo. Hä? Hä? Hallo? Wer ist das denn? Freunde? Da würde ich gerne mal, äh... Hallo sagen. Hey! Nimm's nicht persönlich, Mann! Oh, shit, Alter! Ich fand's gut. Gesunde Portion Selbstbewusstsein. Ja, die Medizin, Freunde. Oh, shit. Yo, wie schnell sind die? Yo. Ey, aber er checkt schon. Er ist gut. Oha, er ist aber auch sehr schnell. Die sind beide extrem schnell. Die sind beide extrem schnell. Ja, aber die anderen sind schneller. Wow. Ey, das kann im Wasser in das Wort, das soll ins Auge gehen. Ah. 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 Was passiert? Ich glaube nicht. Ey. Ey, die scheiß Klang, Leute, mag ich jetzt schon nicht. True. Der ist mir ganz suspekt, Mann. Der ist mir ganz suspekt. Hm. Ey. Das war unfair. Sag sowas nicht. Oha, okay, der sieht echt cool aus. Je mehr Narben, desto cooler. E-B-Key. Jetzt geht's los, Alter. Okay. Nein. 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 Ich war gerade voll im Modus, hab mich voll gefreut, dass es losgeht. Und dann geht einfach das Auto an. Geht einfach das Auto an und nimmt mich, hops. Ey, aber es ist cool, Mann. Okay, das war so eine kleine Building-Abfolge, die Stimmung zu beschreiben, die Charakter so slightly. Die Klang, Leute, mag ich gar nicht. Den Analysten, ich nenne einfach den Analysten, der mit den Karten, den mag ich sehr gerne. Den mag ich sehr gerne. Ich finde es voll cool, dass wir aus den ersten ein, zwei Folgen, wo wir die Schüler so ein bisschen kennengelernt haben, wieder alle Charakter da haben. Und jetzt haben wir auch alle da. Lee ist da, Alter. Lee mag ich sehr gerne. Und, ähm, Gaara ist da. Das wird nice. Es sind alle auf einem Haufen jetzt. Und jetzt, äh, wird es ernst, Alter. Ich freue mich sehr drauf, Freunde. Und, äh, ich weiß nicht genau, wann wir dann eine neue Folge sehen. Aber ich kann euch schon mal spoilern, dass diese Woche noch eine Folge aus des Geldes kommt. Am, ähm, weiß nicht genau, am Samstag wahrscheinlich. Samstag oder Sonntag kommt eine Folge aus des Geldes, Freunde. Freut euch drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Ich muss leider echt schnell los, Alter. Es tut mir leid, Freunde. Wir sehen uns. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.